Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mie-Nachrichten war der 14. November 2021. Heute haben wir eine besondere Videonachricht von meiner Zuschauerin erhalten. Frau Schule hat diese Nachricht in der Hoffnung erstellt, dadurch neue Freundschaften zu finden. Sehen wir sie uns einmal an. Ich bin's, Frau Schule. Sieht nur, total leckerer Speck. Hab ich für euch gemacht. Wollt ihr nicht vorbeikommen, damit wir Freunde werden können? Ich freue mich auf euren Besuch. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Ja, ja, das ist echt erstaunlich, vermute ich mal. Über das Thema weiß ich besser Bescheid als ihr. Danke fürs Zuschauen. Ich bin hier drunter. Der 14. November war das Sendedatum dieser Mie-Nachrichten.